Ich bin ohne Erwartung hergekommen, hatte überhaupt keine Idee, was mich eigentlich an Gesprächspartnern hier begegnen wird oder was mir an Gesprächspartnern gegeben wird und fand es sehr inspirierend. Also eine der initiale Vorträge und sehr viele spannende Menschen mit ganz verschiedenen Eindrücken kennengelernt. Der Abend ist hervorragend, anregend, spannend und eine wunderbare Atmosphäre. Das Gespräch hier heute Abend, die tolle Runde, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich schätze sehr den Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Diese kleine Runde, die sich intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, die voller Respekt der Sache gegenüber, aber auch dem Referenten gegenüber in die Tiefe geht, Gedanken austauscht, voneinander lernt, sich inspirieren lässt und in den Austausch geht und auch neue Perspektiven und Meinungen kennenlernt. Also die Zusammensetzung der Gäste hier in dieser Runde ist wirklich faszinierend. Voran natürlich mit Olaf Schirm, der einen fantastischen Beitrag geliefert hat über KI, über die Möglichkeiten, was da ist, was vielleicht noch kommen wird. Dieser Austausch aus Menschen, die mit KI zu tun haben, es vielleicht anwenden, nochmal gucken, in welcher Form. Das ist also ein Szenario runtergebrochen auf wenige Menschen, aber diese Vernetzung, das ist uns, glaube ich, wichtig auch geworden. Ich bin froh, beim Hermsdorfer Abend dabei gewesen zu sein, denn hier trifft man auch Menschen mit tollen Ideen, Gedanken, Fragen und Inspirationen. Ich finde das sehr inspirierend. Also man kommt natürlich mit ein paar Ideen und ein paar Gedanken hierher, aber geht mit einem ganzen Code voller neuen Dinge auch wieder nach Hause. Ja, für mich ist das Konzept, wie wir uns hier getroffen haben, einzigartig und finde ich sehr, sehr bedeutend und sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.